Yo was geht Leute, mein Name ist Jay Samuels. Und ich bin Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Hättest du jemals gedacht, dass wir so lange in diesem Social Media Game drin sind? Also ich hab nie so weit in die Zukunft darüber nachgedacht. Aber ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und angefangen haben Videos zusammen zu machen, das war ja, wann war das? Ich vergesse immer den Tag. 2012? Ende 11. Ende 11. Siehst du? Jedes Mal verkack ich. Ich glaube wir haben 2014 so regulär Stuff angefangen, glaube ich. Oder hab ich auch das verkackt? Okay, und das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Also 2023 ist jetzt. Und was noch viel verrückter ist, ist mir auch aufgefallen. Wir haben in der gesamten Zeit, ich dachte immer wir hätten Pausen gemacht. Haben wir auch. Aber haben wir nicht so richtig. Wir haben immer jede Woche mindestens ein Content-Peace rausgehauen, oder? Weil wir, selbst als wir unsere Pausen hatten, haben wir ja den Podcast gehabt. Ja. Wo jede Woche ja was kam. Es gab nie nichts. Es gab seit 10 Jahren nicht nichts, oder? Haben wir immer irgendwas rausgehauen? Ja. Oder gab es irgendwann mal eine Phase, irgendwie mir war so, als hätten wir auch mal so nichts gemacht, aber... Das Höchste, was passiert ist, ist vielleicht, dass ein Video mal ausgefallen ist. Ja, ja, okay. Aber als wir damals angefangen haben, so, ey, lass mal anfangen, Stuff zu appen, da war es nicht so, dass ich mir dachte, in 10 Jahren sitzen wir hier und reden. Im Podcast. Ist Podcast Social Media? Ach so, hm. Ist Podcast nicht Social Media? Was ist daran? Also ist es Media oder ist es Social? Ja, Social Media ist sowieso viel, auch nicht Social. Ich weiß, ich verstehe nicht mal, ob YouTube überhaupt Social Media ist. Ich glaube ja, weil es Kommentarfunktionen gibt und so interaktiv irgendwie, aber okay, verstehe, das gibt es beim Podcast nicht. Ja, aber ist Social Media nicht eigentlich, dass man sozial ist und miteinander irgendwie connectet? Ist sowas eigentlich nicht nur Facebook, Instagram und theoretisch nicht mal TikTok? Aber doch, 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 schon viel eher, weil selbst wenn du da nicht auf dieselbe Art und Weise wie IG und Facebook connectest, alles agiert und reagiert miteinander. So, also, du kannst ja Videoantworten auf Leute geben und es gibt ja ganze Konversationen. True. Ob hin und her oder so eine Matruschka-Puppe, die... Wo immer wieder ein neues Video kommt. ...wird immer so ein neuer Stitch. Manchmal bist du so, okay, wann ist der OG-Stitch jetzt? Wann kommt der finale Stitcher? Ja. Es ist so die Legende des finalen Stitcher. Der Urknall-Stitch. Der Urknall-Stitch. Du triffst irgendwann auf ein Video, das ist so der Endboss, es hört einfach nicht auf. Die Stitches kommen immer weiter und es hat bisher noch nie geschafft, noch nie irgendwer hat es geschafft, herauszufinden, wer der OG-Stitcher ist. Ich glaube, das ist meiner Prophezeiung für 250. Was? Dass es diesen OG-Stitcher gibt, den niemand jemals gesehen hat. So, die Kids wissen von ihren Eltern, irgendwer von denen hat schon mal den OG-Stitcher gesehen, als die Kette noch nicht so lang war. Aber nicht jedes Video ist gestitcht. Oder glaubst du, in der Zukunft ist jedes Video gestitcht? Nee, aber ich meine, manchmal trifft man doch einfach auf diese unendlichen Stitches. Ja, natürlich. Und die werden Stitches gonna do what Stitches gonna do. Ja, Stitches wie Stitches. No Stitches. Stitch, please. These Stitches ain't loyal. Okay, wir machen jetzt einfach nur Wortspiele. Okay. B-Wort. Lilo and Stitch. Okay, das weiß ich nicht, ob das was war. Na gut. Okay. Ich hab angefangen, ich wollte, heißt der Stitchert? Stitchert. Stitchert Jacobson heißt der. Okay. Das ist der Original Stitch. Ja. Ich weiß nicht mal genau, worüber wir reden. Ich auch nicht. Also geht es um die Person, die den Stitch gestartet hat oder um den Stitch selbst? Achso, der erste Stitch ist nur wichtig. Ja. Nicht die Person, die das gemacht hat. Das ist eine sehr gute Frage. Weil er war ja vielleicht nur ein Regular Guy. Verstehe. Der einfach ein Video gemacht hat. Aber der Stitcher ist der, der das ins Rollen gebracht hat. Das ist wie mit dem Huhn und dem Ei. Was kam zuerst? Der Stitcher oder der Stitch? Ja, der Huhn. Das Huhn. Okay. Ich hab nur nachgesagt, was du gesagt hast. Nee. Bist du der Meinung, Huhn kam zuerst? Ja, klar. Woher soll denn einfach so auf einmal so ein Ei kommen? Aber woher soll einfach so ein Huhn kommen? So. Huhn. Also erstens KFC, RZA. Nein, nein. Mann, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Von Bakterien. Bakterien, Bakterien, Huhn. Also wenn du die Frage eigentlich stellst, Huhn oder Ei zuerst, dann musst du eigentlich sagen, Bakterien. Aber okay, du sagst Bakterien. Bakterien entwickeln sich dann in Tiere, die Eier legen oder nicht. Bevor es ein Huhn gab, gab es doch bestimmt Vorstufen mit Eiern. So, du meinst mäßig, der Letzte, der so noch gerade so kein Huhn war, hat so ein Ei gelegt, wo dann ein Huhn drin war. Muss doch, oder? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaub nicht, dass es Hühner eine Zeit lang gab, die keine Eier legen, sondern sich normal fortpflanzen. Und dann irgendwann, irgendwann meinte jemand so, also es gibt Hühner schon richtig lange und irgendwann meinte so ein Huhn so, weißt du was. Ich will nicht mehr ein Säugetier sein und das im Bauch haben, ich schieß das einfach raus. Ich glaub nicht, dass das so funktioniert hat. Das heißt eigentlich, eigentlich Ei zuerst. Hab ich's gelöst? Ich bin der Meinung, ich hab's grad gelöst. Warte. Ja, aber für deine Theorie muss, warte mal, Einhof, es kann kein Huhn geben, das nicht aus einem Ei jemals geschlüpft ist. Ja. Und aber was hat dieses Huhn auf die Welt gebracht? Was ist deine Theorie dann? Also wahrscheinlich eine Vorevolution des Huhns. Ja, aber so funktioniert's. Die schießt ja nicht auf einmal so ein Dinosaurier wieder raus. Nein, nein, okay, nicht so weit zurück. Also schon so ne, wie funktioniert das denn? Evolution ist doch so, dass die von Mal zu Mal sich immer mehr leicht abändern, oder? Ja, aber so über Jahrtausende. Genau, jaja, natürlich. Aber irgendwann gab's doch diesen Moment, das war noch kein Huhn, das ist ein Huhn. Muss doch gewesen sein, oder? Naja, so der Moment. Also einfach im Sinne von, die Eltern waren noch kein, was wir als Huhn bezeichnen würden. und dann, die Nachkommen waren dann Huhn. Es kann ja nicht, nicht diesen Moment gegeben haben, wo sich so diese Eltern das Kind angeguckt haben und dachten, Alter, bisschen anders. Aber was ist, wenn das so die ganze Zeit so ein Mini-Dinosaurier war und dann eines Tages ist er auf einmal so transformiert? Ich bin Huhn. Und dann hat er auf einmal so erst... Aber das ist das, was ich meine. Hat Evolution so... So funktioniert der Evolution nicht, ne? Tiere haben sich, während sie schon leben, einfach sich entschieden. Ich werde jetzt anders, oder doch? Also, nee. Also, Entscheidung passiert sowieso nicht. Ja, ja. Das Einzige, was, glaube ich, höchstens passieren kann, ist, dass vielleicht mal ein größerer Sprung bei einer Geburt passiert. Mhm. Ich bin auch absolut kein Evolutionsexperte. Ah. Im Gegensatz zu dem, was alle gerade wahrscheinlich gedacht haben. Ja, alle waren so, ah, natürlich, Aria wird's wissen. Eigentlich ist er immer wieder so, Recall und einige schaffen's nicht und die geben dann so ihren Shit weiter, ihre Eier weiter. Recall, so wie bei DSDS, oder? Ja, ja, so, ihr kommt nicht in die nächste Runde der Generation weiter. Recall einfach. Ja, aber mit der Argumentation könnte es durchaus sein, dass ein Ei zuerst war. Weil ich meine, wir müssen ja alle von Fisch abstammen. Müssen wir? Also, ja. Weil es gab irgendwann mal kein Leben auf der Erde. Dann gab's irgendwann mal ein Fisch, laut der Evolutionstheorie, ich war nicht dabei, irgendwann ein Fisch, das dann an Land gegangen ist. Von der Zeit kommt angeblich auch unser Schluck auf. Weil der musste so switchen. So, weißt du, was ich meine? Von der Zeit kam unser Schluck auf. Ja, Mann, ich hab eine Doku gesehen und darum ging's, wie sich die Evolution in unser Körper eingebrannt hat. Hast du dich gerade gesagt, du bist kein Evolutionsexperte und jetzt haust du so die heftigsten Fakten über? Das mache ich ja nicht zum Experten. Ja, aber das macht dich mehr zum Experten als ich anscheinend. Okay, mein Titel ist mehr Experte als Jay. An welcher Uni kann ich damit... Also, es ist so eine ganz bestimmte Uni, wo nur ich nicht angenommen werde. Ah, nice. Weil so können sie gewährleisten, dass ihr Titel bestehen bleibt. Erzähl mir über den Schluck auf. Dieser Fisch? Das muss auch ein heftiger Moment für die anderen gewesen sein. Ja, Mann. Wow, shit. Ist mir egal. Jungs, wir haben schon richtig lange darüber geredet, wie es wäre. Ich glaub, ich mach's jetzt einfach. Only one moment. One shot. Nee, aber es gab halt eine Zeit lang einfach so... Die Erde sah richtig scheiße aus, weil dort gab's keine Bäume. Also, es gab voll lange Leben im Wasser, als es noch gar keine Bäume gab. Voll crazy. Als sich dann irgendwann mal Pflanzen an Land gegangen sind und sich dann ausgetobt haben, geht ja auch gar nicht anders. Ja. Also, was wollen Lebewesen auf der Erde machen, wenn's... Wenn da nichts ist, ja. Dann gehen die da hin, so ist voll Kacke hier. Ja, genau. Vielleicht waren sogar ein paar schon da und waren so, nee, nee. Und sind wieder zurückgegangen. Und dann wieder direkt tot. Ja, je nachdem, was die Atmosphäre und so ein Shit war. Weil die Pflanzen haben ja auch Sauerstoff und also die Luftzusammensetzung ist ja unseren Pflanzen auch geschuldet und so weiter und so fort. Das wusste sogar ich. Jedenfalls gab's halt irgendwann diesen Moment, wo dieser eine Fisch an Land gegangen ist und der musste halt sowohl an Land als auch am Wasser atmen können. Und ich glaub, dieser Verschluss, der dann passiert beim Wechsel oder so, das ist, wenn ich's richtig in Erinnerung hab, ist das irgendwie als Funktion bei uns übergeblieben, was unseren Schluckauf verursacht, was uns heutzutage gar nix bringt. Voll krass. Muss auch echt wirklich ein Event für alle gewesen sein. Aus so vielen Hinsichten. Weil erstens, sagen wir mal, du bist der eine. Du hast es jetzt gemacht. Wenn du der allererste bist, was ist das für ein Gefühl? Du bist da und vor allem aber, es kann dir ja keiner folgen, oder doch? Ja, das frag ich mich auch. Das wär das interessanteste Interview aller Zeiten. Stell mir diesen Fisch gerade auf so einem Stuhl vor. So, Make-up wird noch gemacht. Und drei, zwei. Wir sind hier mit dem ersten Fisch, der jemals an Land war. Ich geh mal davon aus, dass er nicht der Erste war. Es ist einfach ein R in meinem Kopf, warum auch immer. Er war nicht der Erste, der das probiert hat, bin ich der Meinung. Ja, vielleicht haben's andere probiert. Andere probiert, nicht geschafft. Nicht geschafft. Oder vielleicht haben's sogar welche geschafft, aber sind dort gestorben. Vielleicht. Aber so irgendjemand war der Erste, der so einfach, ich schaff das jetzt. Und hat sich entschieden, ich geh nicht zurück. Ich weiß nicht, ob die anfangs nicht sogar darauf irgendwie angewiesen waren, dass die auch wieder zurück ins Wasser gehen. Achso, ja, das macht viel mehr Sinn. Ja, ich glaub, die Anfänge sind eher so gewesen, dass du, ich hab die Fähigkeit, mich mal umzugucken. Und dann geh ich wieder zurück. Natürlich. In meinem Kopf war einfach gerade ein so ein Fisch, der sich einfach entschieden hat, ich werd jetzt einfach, und geht einfach so die nächsten fünf Kilometer in die Richtung. Was macht der, chillt da am Strand und trinkt Bahama-Mamas? Ne, da ist ja niemand. Also, er ist wortwörtlich der Erste. Das heißt so, das ist... Der hat die ganze Erde für sich. Das ist richtig dumm, dass ich das gesagt hab. Wahrscheinlich über eine richtig lange Zeit war das so ein Pendeln. Und bei jedem war's dann so, hey, vielleicht trauen wir uns ein bisschen weiter-mäßig. Ja. Und irgendwann ist die so weit gegangen, dass die... Ich schaff's nicht mehr zurück. Ja. Ne, also, wahrscheinlich hat sich einfach die Fähigkeit dann halt immer weiter ausgeprägt, dass die das machen können. Und der erste Fisch, der an Land gegangen ist, der hatte auch schon irgendwie eine Art Hände oder sowas. Das war so ein schon fast Fisch-Eidechse-Hybrid. Ah. So sah's ein bisschen aus. Da sind auch schon teilweise Elemente, die dann bei uns dann bis zu uns dann nachts zu verfolgen sind. Und was die halt konnten, ist etwas, was wir heute noch kennen, ist so eine Liegestütze, um sich dann aus dem Wasser rauszuheben. Okay. Also die konnten so unter Wasser bewegen und dann sich so hochdrücken, um zum Beispiel Luft zu atmen oder zu gucken, was geht ab. So kleine Liegestütze machende Fische, die im Militär wären lustig. Fische legen doch auch Eier, oder? Ja, und deswegen hab ich das erzählt, weil wenn man's quasi rein theoretisch so nimmt... Dann gab's Eier zuerst. Dann gab's Eier zuerst. Und es muss ein Huhn aus einem Ei geschlüpft sein. Also eigentlich... Voll krass, es gab mal dieses eine Ei, worüber alle sprechen. Huhn oder Ei zuerst? Ja, es gab dieses eine Ei, was dafür gesorgt hat, dass Huhn existiert. Ja, es gab ja nicht das eine Ei wahrscheinlich. Dann gab's ja viele Vorgänger von Hühnern, die Eier gelegt haben. Ich glaub nicht, dass einer von ihnen Mr. Huhn wurde und alle anderen sind ausgestorben und er ist so der Gottvater der nachkommenden Hühner. Aber was wär denn die andere Alternative? Das ist mehrmals gleichzeitig passiert, die sich auch immer wieder miteinander kreuzten. Aber dann waren das ja immer noch keine Hühner. Weißt du, ich meine? Nein. Also ab dem Moment, wo es ein Huhn ist, ist es ein Huhn. Macht Sinn. Aber wenn es noch kein Huhn ist, ist es ja noch kein Huhn. Ich weiß nicht, komisch, dass ich dir das gerade so erkläre. Also es ist ja nicht so, dass wir Menschen alle gerade ganz andere Lebewesen rausschießen, wenn wir Kinder bekommen. Wenn wir alle gerade ungefähr gleich sind, dann bekommen wir auch ungefähr die gleichen Produkte raus. Genau. Und müsste dann doch eigentlich bei denen auch sein. Die sind alle, die es so gibt, die so miteinander kompatibel sind in der Fortpflanzung, sind noch keine Hühner. Und wenn die Kids bekommen, sind die auch so vielleicht recht eh nicht zueinander mit kleinen Abweichungen. Aber sind die dann schon Hühner oder nicht? Ja, wie lange willst du, wohin willst du dieses Spiel treiben? Ich würde das Spiel dahin treiben, dass es irgendwann einen Moment gab, wo noch nicht Huhn, jetzt Huhn. Okay, kannst du diesen Moment bei Menschen definieren? Natürlich nicht. Ich kann ihn ja auch nicht bei Hühnern definieren. Aber wir haben uns auch immer verändert und ab wo will man jetzt sagen, so, das Mensch, das nicht. Weiß ich nicht, aber irgendwann hat ein so ein Affe auf einmal so, ah, ich bin ein Mensch. Nein, wie gesagt, so groß ist ja die Differenz nicht. Aber ich meine einfach nur, jedes Lebewesen, was geboren wurde, ist entweder schon ein Huhn oder noch nicht. Also es ist wahrscheinlich ein Vorfahrer davon, aber es ist noch nicht 100% Huhn. Und einfach der Moment, wo 99% Huhn zu 100% Huhn wurde, ist ja quasi von kein Huhn zu Huhn dieser Übergang. Weißt du, was ich meine? Also den musst du ja gegeben haben. Bei irgendjemand muss es den gegeben haben. Ich glaube, Huhn sein ist auch eher so ein Mindset. So weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Und aber abgesehen davon, ich glaube, so ganz, wie wir gerade reden, funktioniert es. Also ich stelle mir eher so vor, dass es wie so ein Ladebalken funktioniert. Ja. Du bist schon 77% Huhn. Genau, aber du bist Huhn. Ja oder nein? Ist man da Huhn? Das ist halt die Frage. Ich glaube, nein, oder? Aber ich glaube, das ist eine Frage, die wir nicht zu entscheiden haben, sondern dafür brauchen wir ein paar Philosophen. Ah. Ein paar Philosophen und Wissenschaftler. Wir können theoretisch stundenlang noch weiter streiten. Ach, streiten wir gerade? Ich dachte, wir haben uns festgelegt. Achso, ich dachte, wir fangen gleich an zu streiten. Ich dachte, ich habe recht einfach. Siehst du? Aber womit hast du recht? Na, es gab einen Moment, da war es noch nicht 100% Huhn und dann gab es so der 99% Huhn und dann der 100% Huhn. Also, oder? Dafür müsste man halt definieren, was 100% Huhn ist. Naja, einfach ein Huhn, wie er im Buche steht. Wie er im Buche steht. Vor allem Huhn ist weiblich. Ein Huhn, wie es im Buche steht. Aber ich meine, so vor 10.000 Jahren sahen Hühner wahrscheinlich etwas anders aus. Aber waren sie Hühner? Und das ist halt die Frage. Mhm, genau. So, aber dann ist dein Huhn, was im Buche steht, vielleicht nicht mehr dieses Huhn. Aber das war trotzdem schon ein Huhn. Gibt ja viele Buches. Buches. Ich habe noch nie seinen Versuch gesehen, den Satz noch zu retten. Gibt ja viele Buches. Ich will auch nur darauf hinaus, gerne, ich wiederhole mich nur, aber so, wenn Hühner vielleicht früher anders aussahen, aber es ist einfach nur die Frage, zählt es schon als Huhn oder nicht? Und wenn nicht, dann war es halt eben noch keins. Wenn doch, dann war es halt eins. Und dann so gab es ja... Weil so Wolf war auch irgendwann Wolf und dann war es irgendwann Hund. Und ab wann war es Hund? Ja, genau. Wer ist der erste Hund? Aber ja, genau, ähnliches Prinzip. Okay, aber ich meine, ich denke schon, dass man so sagen kann, dass das Ei zuerst da war. Wenn es darum geht, ja. Weiter geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Heute mal wieder mit WOW, dem Streaming-Dienst mit wirklich ziemlich coolen Filmen und Serien. Kann man nichts falsch machen. Ein erwähnenswerter Serienstart der kommenden Woche ist ganz klar die siebte Staffel von Rick & Morty. Worauf ich persönlich vor allem in der Originalversion sehr gespannt bin, da wir ja erstmalig die neuen englischen Synchronstimmen von Rick & Morty in einer Folge bekommen werden. Und falls ihr nicht wisst, warum das so ist, am besten einmal kurz selbst googeln, da ist nämlich so einiges an Drama-Beheimnis-Scenes passiert. Aber ab Montag, dem 16. Oktober, geht es mit der ersten Folge los. Ab dann bekommt ihr jede Woche eine neue mit insgesamt zehn Folgen. Und natürlich sind auch jetzt bereits alle anderen Staffeln verfügbar. Und das Film-Highlight der Woche, Knock at the Cabin, welcher ab dem 13. Oktober verfügbar sein wird. Das ist nämlich der aktuellste Film von M. Night Shyamalan. Bei Shyamalan ist natürlich immer Grusel und ein Schauer im Rücken vorprogrammiert. Ihr merkt also, dem Halloween-Feeling steht auch hier nichts mehr im Wege. Falls ihr Bock drauf bekommen habt, dann geht einfach auf www.wow.tv.de und gönnt euch das Sechs-Monats-Angebot. Dort kriegt ihr nicht nur Filme, sondern auch Serien für einen unschlagbaren Preis und das Ganze für sechs Monate. Und weiter geht's mit dem Podcast. Eine andere Sache, die sie erzählt haben, war, wenn du schläfst, kennst du dieses so, du bist gerade am Einschlafen und auf einmal zuckst und so. Ja. Das kommt von der Zeit, wo wir noch auf Bäumen geschlafen haben. Echt? Dass wir diese Angst entwickeln mussten, um nicht, also weil, wenn dein Körper sich gerade entspannt, dass du irgendwie ein bisschen Angst und Achtsamkeit hast, dass du nicht einfach mal runterfällst. Ja. Das ist ja vorbei. Verstehe. Deswegen auch, sobald du auch so ansatzweise merkst, dass du fällst, wachst du auch direkt auf, egal was ist. Und es ist ja auch, meistens ist dieses Zucken ja noch begleitet von so einem Gefühl von sehr tief fallen. Ja. So, macht gar keinen Sinn mit dieser Angst in Betten zu haben. Eigentlich nicht. Also, bist du schon mal aus dem Bett gefallen? Nee. Glaube ich auch nicht. Und das ist merkwürdig, weil ich mache ziemlich viel Kung-Fu im Entschlaf. Ja, ich hätte gedacht, dass du schon mal aus dem Bett gefallen hast. Und trotzdem nicht. Krass. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht genau deswegen. Auf dem Baum würde ich safe runterfallen. Ja. Wobei. Weil ich wende mich einmal und dann. Vielleicht auch nicht wegen diesem. Wegen diesem Reflex. Aber es sind ja teilweise auch nur noch so Überreste. Wer weiß, ob die noch so gut funktionieren. Ja, stimmt. Es ist noch so drin. Das ist so ein altes Firmware-Update, was so nicht, es wurde nicht defragmentiert, deine Festplatte. Und irgendwas ist dann noch übrig. Haben die zufällig auch gesagt, warum man geht? Nee. Okay. Das weiß man immer noch nicht, oder? Oder weiß man das? Ich habe schon unterschiedliche Sachen gehört. Sowas wie Druckausgleich. Ich weiß nicht, ob jemals irgendwas davon so safe bestätigt wurde. Es ist halt voll weird, dass das so ansteckend ist. Also, wenn du jemanden gehen siehst, bist du dann einfach. Aber man kann sich auch selbst damit anstecken. Habe ich auch gerade, weil ich darüber geredet habe. Spürst du es so ein bisschen wenigstens? Und du unterdrückst es? Ja. Okay, ich wusste es. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen bekannter, aber ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, aber Gänsehaut und so, woher das kommt? Aus der Zeit, wo wir noch ein Fell hatten. Also, voll crazy, man. Jedes Haar hat so einen, so einen Muskel. Echt? Ja. Krass. Und aus dieser Zeit haben diese Muskeln halt in Angstsituationen, und das ist der Grund, warum wir in Angst, bei Angst Gänsehaut bekommen und bei Kälte. In Kältesituationen hat es dein Fell, also, es hat halt dein Fell aufstehen lassen, hat mehr, für mehr Volumen und Luft auch dazwischen gesorgt. Und Luft ist ja ein guter Nichtleiter, also ein schlechter Leiter. Das heißt, dämmt gut. Ja. Wärme. Das heißt, damit konntest du so, wenn es kalt war, dich ein bisschen schützen. Und bei Angst hat es sich aufgestellt und du hast größer gewirkt. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Und gruseliger. Krass. Ja. Daher kommt das? Ja. Jetzt funktioniert es heutzutage gar nicht mehr. Ja, bei uns nicht mehr, nee. So diese, mit gar nichts. Da ist so jemand, der so dein, der dich so abziehen will und dein Körper so, alle haben Stufe Rot, drückt so einen Knopf und so. Deine Haare sind so, piep, bup. Sir, das hat nicht so gut funktioniert. Das ist voll die Energieverschwendung. Hätte ich für irgendwas anderes bewahren können. Weil wir haben schon ziemlich viele Haare so. Wenn du mal überlegst, am ganzen Körper. Und jetzt über so einen, so einen Mini-Muskel, der so. Ja, das ist schon krass. Aber was würdest du dir denn stattdessen wünschen? Also was wäre so die Alternative, die dein Körper entwickeln könnte? Was für jetzt oder für damals oder wovon reden wir? Nee, nee, also quasi. Weil das ist ja überflüssig. Das bringt gar nichts. Ja. Aber wie könnte man dann irgendwie gefährlicher wirken? Ach, jetzt? Ja. In der heutigen Zeit? Mhm. Wir müssen uns ja meistens eigentlich nur gegen andere Menschen behaupten. Ja, stimmt. Und nicht Tiere. Und wenn jetzt jeder irgendwie auf einmal so ein, wenn er Angst hat, auf einmal bekommt er so Hörner hier so raus. Stimmt. Das wäre, glaube ich, dann einfach nur merkwürdig. Wenn du mich angreifen willst, dann so ändert sich mein Körper und ich sehe aus wie dein großer Bruder plötzlich. Das ist sehr spezifisch. Da muss jeder wissen, so wer der große Bruder von wem ist. Ja, aber so, dann hast du doch wahrscheinlich eher Angst, mich anzugreifen, oder? Ja. Case closed. So Adrenalin und sowas ist ja schon mal gar nicht so kacke. Du spürst Schmerzen nicht, du bist aufmerksamer, schneller, deine Sinne werden geschärft, deine Organe und Muskeln werden schneller mit Sauerstoff versorgt, deine Pupillen weiten sich. Das ist eigentlich so ein super Serum, wie wir es aus Filmen kennen, nur dass es halt kommt, wenn du in Lebensgefahr bist. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass Adrenalin, also okay, ich weiß gar nicht, ob es das gleich ist, aber zum Beispiel, Adrenalin haben wir wahrscheinlich in unserem Leben weniger als so unsere Vorfahren, ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen seltener passiert irgendwie, aber zum Beispiel, ich weiß noch, als ich den Auftritt gemacht habe bei Naomi, da ist man halt so ein bisschen nervös davor. Ich würde denken, das ist auch Adrenalin, dass man irgendwie so... Kann sein. Das weiß ich halt nicht. Ist nervös werden und dieses Gefühl, was man hat, ist das Adrenalin oder ist das nochmal was anderes? Im Endeffekt weiß ja dein Körper wahrscheinlich nicht, warum du Angst hast, ob es jetzt wegen einer lebensbedrohlichen Gefahr ist oder wegen so Lampenfieber oder so. Achso, nee, du redest ja trotzdem über nervös. Also nicht nervös im Sinne, also na doch, irgendwie ist das schon Nervosität, oder? Also dieses Kribbeln und so, es geht gleich los mäßig. Ich glaube, mein Mund wurde auch so ganz leicht trocken. Zum Beispiel auf der Bühne war es weg, aber so kurz davor, so ich merke so, in zehn Sekunden muss ich raus. Habe ich so ein, oh shit, jetzt geht's los. Ich glaube nicht, dass es unbedingt dasselbe ist, aber ich habe keine Ahnung, nee, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ah, okay. Aber während ich sage, ich habe keine Ahnung, hat er so ein richtiges Enlightenment gehabt. Oh, scheiße, Mann. Du, zum Glück hast du mir Bescheid gegeben. Ich dachte, das wäre das Gleiche. Habe ich denn jemals Adrenalin gespürt? Also du könntest, wenn du auf der Stage bist, dir mal so ein Messer ins Bein. Und dann merken, ob es wehtut? Ja. Aber eigentlich muss es jemand anders für dich machen, falls du jemanden brauchst, sag Bescheid. Danke. Ich glaube, auf der Bühne habe ich aber schon mal Adrenalin gehabt. Insofern, weil nämlich, doch, weil nämlich, ich schon das öfter Mal hatte, dass ich davor, so zwei, dreimal bestimmt, eigentlich voll auf Toilette musste. Und ich gehe raus und weil ich draußen bin, ich habe richtig vergessen, dass ich auf Toilette muss. Ist das auch Adrenalin? Und ist das auch Adrenalin? Ist das auch ein Instrument? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Was war das bei Crank nochmal? Er musste sich immer wieder Adrenalin reinspritzen, damit er nicht stirbt oder so? Ja, ihm wurde so ein Gift eingeflößt oder so. Ah, genau. Dass, wenn sein Herz unter einer bestimmten BPM pocht, dass er dann stirbt. Ja. Das heißt, es darf nicht weniger werden. Ja, ja. Und deswegen muss er die ganze Zeit, um zu überleben, während er zu diesem Typen kommt, muss er so... Irgendwelche Sachen machen, die die ganze Zeit seinen Puls oben halten. Ja. Eigentlich voll der dumme Film, aber irgendwie auch voll cool. Wir sind ja eigentlich voll darauf gekommen, weil ich am Anfang gesagt habe, dass wir so schon richtig lange Social Media machen. Und dann meintest du, ist das überhaupt Social Media? Ich meine, jetzt ist so keine wirklich runde Zahl, aber ich frage es jetzt trotzdem einfach mal, weil es mir jetzt einfach aufgefallen ist. Gab es so in den letzten, dann sind es neun Jahre anscheinend, irgendwelche Momente, die du besonders krass fandest, die nichts mit einem Kurzfilm zu tun hatten oder mit einem Musikprojekt? Also, ich rede nicht von so großen Projekten, sondern so vielleicht sogar was Kleines. Aber von diesen regulären Sachen, ist da irgendwas im Kopf geblieben, was wir gemacht haben? Ja, alles, woran ich mich erinnere, ist nur Schmerzen. Wie wir neun Uhr morgens irgendwie am Schlachtensee waren, als es Winter war und so. Wir sind so alle so Todes am Frieren und Drehen irgendwas. Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Am Schlachtensee neun Uhr morgens? Ja, das war für dieses Twilight-Video. Ah, das ist dir im Kopf geblieben? Ja, weil ich weiß nicht, wir waren so, who the fuck ist um, weil es waren Leute da, freiwillig. Ja. Während wir gedreht haben, wir haben so gedreht, wir hatten einen Grund. War es Winter? Ja, es war todeskalt. Wir waren so in Jacke und sind gefroren. Ja. Und da waren so Leute, die haben da so gechillt und ich weiß nicht, ob da sogar welche schwimmen waren oder so und shit. I don't know. Krass. Einfach, dass wir immer so weirden Stuff gemacht haben, wo sich wahrscheinlich jeder immer so, wenn uns irgendwer draußen gesehen hat, gefragt hat, was macht ihr hier gerade so? Wie erklärt man, was man gerade macht? Bei Drehs meinst du? Ja. Aber warte, deine Frage war, ist mir positiv was in... Positiv oder negativ, aber in Erinnerung geblieben, was jetzt aber nicht unbedingt mit großen Projekten zu tun hat. Also so, weil ich glaube, das Erste, woran wir denken, ist dann so die Kurzfilmdrehs und so die Musikvideodrehs und sowas. Aber gerade bei diesem regulären Content, der so jede Woche irgendwie kam, Podcasts oder J&A, Filmgeek, anything. Aber bei mir ist aufgefallen, dass sich das irgendwie, dadurch, dass wir das so viel gemacht haben, hat sich das zu so einem großen See aus verblendeten Erinnerungen entwickelt. Ich glaube, die Hälfte habe ich irgendwie nicht vergessen, aber das ist so alles verschwommen so zu einem großen Keks. Ist der lecker? Der ist schon lecker, ja. Nee, mir fällt jetzt gerade irgendwie nicht wirklich was... Dir ist nichts im Kopf geblieben von der ganzen Zeit? Nein. Bestimmen sind mir Sachen im Kopf geblieben, aber wenn ich jetzt gerade spezifisch darüber nachdenke, natürlich, wenn ich sage, mir fällt nichts ein, mir fällt nicht nichts ein, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wonach du fragst. Also wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst. Mir fällt jetzt ein, wie wir mal zum Beispiel was aufnehmen und dann zwischendurch was gegessen haben oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ist das, wonach du fragst? Achso, ich dachte so, wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, dann fallen dir einfach irgendwelche Sachen ein, die irgendwie dem Gedächtnis geblieben sind. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist so, dass ich so voll oft bei dir übernachtet hab. Ah. Oder, ja, wir logischerweise auch oft irgendwie durchgemacht haben, wobei das oft auch bei großen Projekten war. Das hab ich ja so gesagt, so wegbleiben. Ich weiß, dass wir dafür, dass wir das so lange schon machen, verhältnismäßig sehr oft uns versprochen haben. Embarrassingly oft so. Wir haben das schon so ein paar Jahre gemacht und trotzdem haben wir so tausend Takes manchmal für irgendwas gebraucht, wo ich mir dachte, Alter, wir machen das schon seit fünf Jahren. Wäre doch schon cool, wenn wir das jetzt schon könnten. Oder auch einfach, wie viele verschiedene Sachen man schon besprochen hat. Ich find das irgendwie voll krass, dass man so viel schon geredet hat und produziert hat, gerade in dem Bereich, also so Weekly-Content, dass man sich an vieles davon nicht mehr mehr so richtig erinnern kann. Wenn man so ein Video von damals anguckt, dann erinnert man sich in dem Moment irgendwie so, ja, stimmt, das gab's. Aber ich wär niemals drauf gekommen, dass ich genau das gesagt hab. Ich weiß nicht, voll weird. Und dadurch, dass es auch Weekly war, sieht man auch einfach so Weekly, wie man sich so verändert über die Zeit. Ich bin ja nicht hier unbedingt jemand, der so viele Fotos von sich macht oder so, aber dadurch hat man so voll so eine Entwicklung von, wie wir aussahen und von Woche zu Woche durchgemacht haben. Und ich erinnere mich, dass der Raum, in dem wir früher gedreht haben, also dein altes Zimmer, viel zu klein war einfach. Wir haben, ich glaub, das weiß niemand, wir haben die Kamera hinter deinen Fernseher gepackt, um möglichst viel Platz noch zu haben. Also da war so ein Fernseher und eigentlich stand der schon an der Wand und da war so ein kleiner Spalt. Wir haben das so dahinter gepackt, damit wir so möglichst weit nach hinten können. I don't know, so Sachen sind mir einfach im Kopf geblieben. Dieses Zimmer, Alter. Ja, ich glaub, ich hab überwiegend die Kurzfilme im Kopf, auch manche Sketchdrehs und besonders halt die ganzen schlaflosen Nächte und sowas. Natürlich auch sowas wie die Events und Partys und sowas. Keine Ahnung, so Tage, wo wir Will Smith oder so getroffen haben. Das ist auf jeden Fall, das stickt am meisten raus bei mir. Tja, irgendwie gar nicht, fällt mir gar nicht mehr so viel mehr ein. Krass. Ja, es ist ja auch, es ist auch irgendwie auch schon eine Weile her, das alles. Ja, crazy, man. Mal ein ganz anderes Thema als Hühner und Eier. Du weißt doch, wie, ich glaub, selbst wir haben schon mal darüber das eine oder andere mal geredet, dass so, jo, werden wir abgehört? Mäßig? So. So jetzt gerade? So jetzt gerade. Wir haben doch schon mal darüber geredet, dass wir Werbung bekommen, angezeigt bekommen, über die wir geredet haben. Oder du denkst an etwas, du redest mit einem Kumpel über irgendwas oder sowas in der Art und dann bekommst du Werbung dafür. Ja, ich weiß gar nicht, ob mir das so oft passiert ist, tatsächlich schon. Ah, okay. Mir schon recht häufig. Ja? Ja, und so, ich kenne sehr viele andere. Also quasi, du hattest das Gefühl, dass du was gesagt hast. Certain. Und dann, als ob Leute uns vielleicht jetzt sogar gerade im Moment hören. Mäßig. So vielleicht sogar ein großes Publikum. Hm, vielleicht auf Streaming-Plattformen. Das wäre echt gruselig. Das wäre... Aber, aber ja, okay. Aber das gibt's. Okay. Wenn's dir nicht passiert ist. Ich hatte schon ein oder zweimal das Gefühl, aber es ist mir noch nicht oft genug passiert, dass ich sagen würde, dass das kein Zufall war. Ja. Was ich meine? Ja. Aber, aber ich hab schon... Spielen die auch so ein bisschen so, weißt du, so. Wir machen die ein bisschen wahnsinnig. Und dann wissen die gar nicht mehr, was oben und unten ist. Aber ich hab auf jeden Fall schon... Also, diese Debatte kenn ich auf jeden Fall, dass das möglicherweise sein kann. Und hier ist das Ding. Gibt viele Leute, die vieles behaupten. Ich selber hab das jetzt nicht nachkontrolliert. Aber Leute haben... Also, man kann, man kann das ja messen, sendet dieses Handy dauerhaft etwas. Viele denken zum Beispiel, es ist tatsächlich so, das Mikrofon läuft die ganze Zeit. Oder Kamera läuft die ganze Zeit. Und das wird dann einfach an Apple, an Facebook oder wen auch immer irgendwie gestreamt. Ja. Aber erstens müsstest du rein theoretisch das in deinem Internet sehen. Hm. Dein Internet wird aufgebraucht. Ja. Aber abgesehen davon kann man das auch messen. Also, sendet das die ganze Zeit Informationen ununterbrochen. Und Video vor allem wäre ja eigentlich auch noch eine recht große Datenmenge. Ja, total. Und das kann man sehen, das passiert nicht. Dann ist die Frage, okay, wie kann das dann sonst passieren? Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt erzählen soll, weil alles, was ich jetzt sage, hab ich von einem Video gesehen. Mhm. Und ich hab nicht mal eine Ahnung, ob dieser Typ glaubwürdig ist oder so weiter und so fort. Das Einzige, warum ich das interessant fand, ist, weil das, was er erzählt hat, ist einfach ein interessanter Gedanke. Verstehe. Und ich nehm's gar nicht mal als, es ist so wahr, aber es könnte so sein. Ja, verstehe. Okay. Und vielleicht unter der Prämisse kann ich's ja mal erzählen. Mhm. So. Er hat nämlich erzählt, dass er angeblich mit hochrangigen Mitgliedern aus Tech-Firmen geredet hat, wie Google, wie Facebook und so weiter und so fort, die Interviews mit ihm zugestimmt haben unter der Bedingung, dass er deren Namen nicht veröffentlicht. Mhm. Und er sagt, dass das Abhören und all diese Sachen gar nicht so funktionieren, dass wir dauerhaft aufgenommen werden. Irgendwo wird's hingeschickt. Irgendwer hört zu die ganze Zeit und so, oh, warte mal, den schicken wir mal ein bisschen Catch-Up-Werbung. Viel zu kostenspielig und aufwendig. Ja, also irgendeine Art Maschinerie muss ja sowieso dahinter sein. Das ist ja klar. Aber was er meinte ist, neuere elektronische Devices, wie Smartphones, wie Computer und Laptops, die meisten besitzen eingebaute AI-Prozessoren. Okay. Und laut seiner Aussage, angeblich, was die dann unter anderem machen oder als Aufgabe bekommen haben, ist es, bring mehr Ads an den User ran. Und du weißt doch, wie AI manchmal Sachen auf, also Wege lernen oder Sachen lernen, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Aber so, sie machen das, um ihr Ziel zu erreichen. Ja. Also, es ist auch schon tatsächlich passiert, dass sich AI eigenständig Sachen beigebracht hat, die gar nicht erfragt wurden. Spezifisch. Ja. Das heißt, sowas passiert, dass du etwas fragst, die bringen sich teilweise Sachen bei, die wir gar nicht besprochen haben, um dann diesen Task erfüllen zu können. Mhm. Und laut seiner Aussage ist es wohl so, dass diese AI hat rein theoretisch auf alles Zugriff und wir wissen es nicht mal. Weil er meinte so, ja, ich fand es auch interessant, dass Zuckerberg hat unter Eid ausgesagt, nein, wird nicht abgehört. Ja, aber was, wenn wir gar nicht abgehört werden, sondern halt einfach diese KI, also weil er, und er wüsste dann nicht mal, er kann unter Eid einfach sagen, nein, ist nicht, weil er wüsste nicht mal, was passiert. Wenn wirklich diese KI irgendwie, also so, das können wir ja nicht wissen, aber die könnte ja rein theoretisch auf alle Messwerte dieses Handys zugreifen. Das heißt, es könnte jegliche Boundaries, die du in deinem Handy setzt, missachten. Weil es hat die Fähigkeit, wenn es will. Wenn es sich das beibringt, dann ist es dem egal. Ja. Dass du zum Beispiel eingestellt hast, Mikrofon privat, also soll hier, was auch immer. Wenn er will, greift er darauf so zum Beispiel einen auf den zurück. Mhm. Und er nimmt nur Sachen wahr, um immer mehr und mehr zu trainieren und gar nicht irgendwas irgendwo hinzuschicken und sorgt dann dafür dann wiederum, dass es dich kennt und einfach oder... Aber müsste dann nicht trotzdem diese KI mit der Info, die sie rausfindet, irgendwas an jemanden, also nicht an jemanden, aber meinetwegen an eine andere KI schicken, damit dir die relevanten Ads angezeigt werden? Also weil lokal kann ja nicht dein, also glaube ich, kann es ja nicht bestimmen, was für Ads du bekommst, ohne irgendwie eine Kommunikation zu starten, oder? Es sei denn, dir werden Ads geschickt und er entscheidet auf deinem Handy, nee, den zeige ich nicht an, den zeige ich nicht an, den zeige ich an. Ah ja. Also rein theoretisch könnte es mir Wege geben. Ich weiß nicht, das ist ein sehr guter Einwand, aber möglich wäre es irgendwie. Und so eine Info zu schicken, hey, Nevea-Werbung ist auch nochmal viel kleiner und machbarer als irgendwie, weiß ich nicht, Audio-Datei, Videodatei und so weiter. Aber das Gruseligste ist, und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber wenn diese AI so ausgeklügelt genug ist, greift die dann so auf unser WLAN zu und macht ein 3D-Image von deinem Zimmer? Weil du weißt, also haben wir neulich darüber geredet? Wie man mit Wi-Fi 3D-Images von Videos von Menschen machen kann? Also ich habe auch das Video gesehen und ich meine, wir beide hätten auch drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, ob es im Podcast war. Was war das genau? Irgendwie eine Kamera war angeschlossen an WLAN und anhand von der Daten der Kamera plus den WLAN-Wellen, die ausgesendet werden, konnte die KI, glaube ich, eine Relation erkennen zwischen den Bildaufnahmen und wie Wellen zurückgesendet werden. Genau. Und dann war das irgendwann so, dass wenn man die Kamera abgesteckt hat, es immer noch diese Referenzwerte hatte und dementsprechend nur anhand eines WLAN-Signals sich erschließen konnte, wie es in dem Zimmer aussieht. Ja. Und hatte dann eigentlich quasi so ein bisschen wie so ein Batman-Radar aus so The Dark Knight, wo er so durch diese Schallwellen überall sehen konnte. Ja. Und konnte dann eigentlich, also man konnte dann durch WLAN eigentlich dein Wohnzimmer sehen oder deine Wohnung einfach. Ich weiß noch, das sind so teilweise so Sachen, wo wir bei Mission Impossible haben wir uns lustig gemacht, dass die immer so eine 3D-Animation von dem Ort haben, wo sie gleich reingehen und dann zufällig sind Menschen auch noch so animiert und du siehst so alles und wir waren so... Bisschen viel. Aber so eigentlich, so langsam ist Mission Impossible gar nicht mehr Impossible. Ne, ist einfach nur Mission. Ist einfach nur... Der nächste Teil heißt Mission. Genau das war's. Wer sagt denn, dass der nicht zum Beispiel irgendwie dann irgendwann darauf zurückgreift, zu gucken, okay, was machst du? Könnte rein theoretisch auf Infrarot, auf drei verschiedene, vier verschiedene Kameras, Ton und ich weiß nicht mal, was es sonst noch so gibt. Und dein gesamtes Verhalten, was du mit deinem Handy machst. Was, glaube ich, fast sogar noch aussagekräftiger ist als der Rest. Weil ich hab das Gefühl, dass inzwischen alles, was du auf deinem Handy machst, ist fast so wie so eine Erweiterung deines Gehirns. So, weil du hältst wortwörtlich deine Gedanken fest in Form von Notizen, in Form von Telefonaten, in Form von Chatverläufen. Dann so deine Verhaltensweise, so was für Content du anguckst, sagt wahrscheinlich viel über deine Persönlichkeit aus, über deine Vorlieben, bei der Partnersuche. Also, was ich meine, fast alles so eigentlich, sagt wahrscheinlich sogar mehr über dich aus, als eine Überwachungskamera fast schon. Also, Überwachungskamera ist auch schlimm, aber was ich meine, so... Ja, so kannst du halt aber ein vollständigeres Bild bekommen. Grundes Bild einfach bekommen. Weil vielleicht, wenn du deine Gedanken aufschreibst, schreibst du nicht auf, dass du gerade eine Nivea-Creme haben möchtest, aber du redest mit Leuten darüber. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist eine andere Sache, die ich sonst mal gehört hatte, dass, hey, nee, wir werden nicht abgehört, sondern euer Algorithmus kennt euch besser, als ihr denkt. Solange wie ihr auf TikTok, Instagram, YouTube, all das gescrollt seid, oder vielleicht auch noch Google dazu, hat die KI schon ein Bild von euch, das euch besser kennt als ihr selbst und wenn ihr was auch immer braucht, wird es euch plötzlich angezeigt und ihr denkt euch so, Moment mal, ich habe doch gerade erst darüber nachgedacht. Das wäre krank. Ich würde sogar sagen, das klingt mir fast sogar noch ein bisschen plausibler. Nicht, dass das andere unmöglich ist. Aber das finde ich grusiger. Ja, ist beides grusig. Dadurch, dass es halt so eigentlich alle deine Verhaltensweisen kennt, was so Vorlieben von, also von Produkten ja theoretisch auch. Und ich glaube, selbst wenn du nicht nach einem Produkt gesucht hast, ist es halt dieses, worüber wir schon mal geredet haben, dass du so mit wortwörtlich Milliarden von Vergleichswerten verglichen wirst. Also es guckt, okay, andere Personen, die genau das mögen und genau das mögen und sich diesen Content angucken und so, da gibt es ja Überschneidungen. Da ist der Prozentsatz sehr hoch, dass sie dieses Produkt cool finden. Ja. Obwohl das vielleicht gar nichts mit dem Content zu tun hat, den du an sich gestreamt hast. Das ist eigentlich voll kacke, das nimmt so deine Einzigartigkeit so ein bisschen weg, aber dass es einfach Überschneidungen gibt zwischen deinen Vorlieben und Vorlieben von vielen anderen. Und dann werden dir halt Werbungen in der Hinsicht vorgeschlagen. Und dann ist natürlich das Ding, manchmal kriegst du dann wahrscheinlich Werbungen, die dich trotzdem nicht interessieren, aber da fällt es dir dann auch nicht auf. Ja. Was ich meine? Sondern das ist einfach so, ich habe einfach eine Random Werbung bekommen, aber eigentlich war jeder auf dich zugeschnitten. Und dann irgendwann wird dem Produkt empfohlen, das sich wirklich voll interessiert und dann ist es so, warte mal, how do they know? Das kommt ja sogar, weil du so, weil zeitnah, du redest über etwas, plötzlich wird es dir angezeigt. Aber ja. Wenn es einen KI-Prozessor gibt, in jedem neuen Device, dann müsste das doch schon gefunden worden sein von Leuten, die Hinsicht auseinanderbauen. Du kannst ja nicht eine KI nachvollziehen. Nee, nee, ich sage nicht, dass man automatisch die KI nachvollziehen kann, aber den Prozessor, dass da KI drin ist, das ist kein Geheimnis. Okay, also das stimmt. Wie gesagt, also ich will jetzt meine Hand selber nicht ins Feuer dafür legen, aber ich habe das jetzt aus ein paar verschiedenen Quellen gehört und ChatGPT4 gefragt. ChatGPT4, klar, macht auch Fehler, ist immer ein bisschen zuverlässiger und es hat so nicht einfach nur Ja gesagt, es hat so viel darüber erzählt und deswegen gehe ich stark davon aus, dass es true ist. Falls jemand in unserer Audience mehr darüber weiß, gern mal in die Kommentare oder per Privatnachricht uns Bescheid geben, weil das ist wirklich, also da würde ich gerne echt mehr zu wissen. Ich habe auch davon gehört, was das so Amazons Modell der Zukunft und generell so Shopping-Erlebnisse der Zukunft sollen KI-basiert sein, in dem Sinne, dass die KI schon weiß, was du haben wollen wirst und Amazon schickt es dir zu und dann einen auf so, wenn du es willst, behältst du es und bezahlst, wenn nicht, dann schickst du es halt wieder zurück. Aber es wird dir schon so zugeschickt, basierend auf so, das ist ein Modell. Krass. Ich weiß nicht, wie konkret das schon so in Planung ist. Ja, also dann müsste ja die Trefferquote schon echt sehr hoch sein, dass das lukrativ ist. Ja, angeblich, angeblich, das ist das, was ich gehört habe, ist das auch der Grund, warum Amazon jetzt schon so schnell liefern kann, weil die algorithmisch entscheiden, was wird welcher User wahrscheinlich brauchen und lagern das schon mal in der Nähe. Alter. I don't know, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Würde irgendwo Sinn machen, dass das zumindest in irgendeiner Form, also weil irgendwie muss ja entschieden werden, was gelagert wird. Ja, weil die können ja nicht so. Können ja nicht alles einfach lagern, was es gibt. Ja. Und da werden sie sicherlich, also durch künstliche Intelligenz sich unterstützen. Was denkst du, was für dich gerade irgendwo liegt? Boah, gute Frage, man. Ich gucke eine Menge Yu-Gi-Oh!-Content in letzter Zeit. Irgendwas von davon vielleicht. Die haben schon alle ägyptischen Gürtelkarten so bereit gelegt. Die liegen schon da. Die werden, die spielen mit damit. Wann kommt Jay? Eines Tages wird er kommen. Ist dann wie diese Legende bei Rick and Morty. Sie warten auf dich. The one true Jay? Ja. Vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Folgt uns sehr gerne auf allen Streaming-Plattformen. Auf Spotify, Deezer, Apple, Amazon. Oder auf YouTube. Da seht ihr uns auch mit unseren Fressen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram. At Jay Samuels. Links. At Aria Lee. Rext. Andersrum, wenn ihr zuguckt. Ja, das ist nur von uns aus. Ja, okay. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason. Peace and goodnight San Francisco.